Musik Wir sind hier in Weggis, besser gesagt in Härtenstein, bei wunderschönem Wetter, in der Hotel- und Gastroformation in Weggis. Musik Mein Name ist Thomas Bisegger, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe genau vor zehn Jahren die Möglichkeit bekommen, am Gusto mitzumachen. Musik Kreativität und Zielstrebung Später bin ich in die Jugendhochnationalmannschaft gefahren. Zwei Jahre später in die Hochnationalmannschaft. Ich habe zweimal die Hochwirtschaft bekommen. Dabei habe ich noch zweimal den Swiss-Kulinäriker gewonnen. Dabei habe ich meine Passion gefunden. Es freut mich, in meinen Job als Instruktor Jugendliche und Lernende auf ihrem Berufsweg zu begleiten und auszubilden zu dürfen. Musik Es würde mich wahnsinnig freuen, Ihre neue Kochshow Beef-Klatte auf dem Satis zu bereichern, mit einer grosse Portion Leidenschaft, Kreativität und Spass. Danke vielmals. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.